Das britische Online-Magazin Torteuser Media und die heimische Rechercheplattform Dossier haben die Eigentumsverhältnisse der umstrittenen Website Pornhub und des Konzerns dahinter unter die Lupe genommen. Mehrheitseigentümer soll ein Österreicher aus dem Großraum Linz sein, dieser habe gegenüber den beiden Medien bisher jede Stellungnahme abgelehnt. Pornhub ist eine der bekanntesten Marken im Pornogeschäft. Nach eigenen Angaben besuchen rund 130 Millionen Menschen pro Tag die Website. Dahinter stünde der Konzern MindGeek, hinter dem wiederum ein weit verzweigtes Firmennetz stecken würde, so der Dossierartikel. Der Mehrheitseigentümer von MindGeek sei eben der Oberösterreicher, der laut Schätzungen der britischen Sunday Times rund 1,4 Milliarden Euro schwer sein soll. Allerdings lässt der Bericht die Fragen offen, ob die Spur hier tatsächlich zu Ende ist. Hat er wiederum finanzkräftige Hinterleute, die im Verborgen agieren?